Mini-Bagger und Gabelstapler sind die Renner beim Rabner Kinderbautag 2024. Die Veranstaltung, die schon in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg war, verzeichnet auch heuer wieder einen Teilnehmerrekord. Hinter dem beliebten Ferienprogramm steckt aber viel mehr. Für mich ist es wichtig, das Technikinteresse schon möglichst bald im Kindesalter zu wecken, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten und Chancen technisch-handwerkliche Berufe haben und vor allem auch natürlich Mädchen dazu zu begeistern. Und dass dieses Konzept aufgeht, das zeigen die kleinen Bauhandwerker nur zu deutlich. Geschickt hantieren sie mit Werkzeug und Maschinen und der Berufsweg ist schon vorgezeichnet. Weil ich heute auch aus Beruf ein Maurer werde beim Rabner, also mich halt. Brückenbauer, Wissenschaftler oder halt beim Rabner. Was gefällt am besten, was macht den meisten Spaß? Ich fand, das Baggerfahren war das coolste. Und es ist sehr cool. Baggerfahren. Warum? Naja, weil ich daheim auch schon mal gefahren bin und es macht Spaß. Das Zusammenbau mit dem Haus. Am besten hat mir eigentlich alles gefallen, weil alles halt sehr cool war. Und so ganz nebenbei lernen sie auch noch einiges über das Unternehmen. Sie baut Häuser und macht viel. Mir gefällt es, weil da so coole Sachen gebaut werden, wie so moderne Häuser. Und mir gefällt es, dass da so ein Ding um die Umfeld, das Fahrzeug, das durch die Kanäle fährt und so und Bagger fahren. Es sind Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kinder aus Altenberg und den Umlandgemeinden Haibach, Reichenau und Ottenschlag, die von der Rabner Gruppe heuer eingeladen wurden. Im Rahmen der Ferienaktionen ein recht beliebtes Programm. Es ist nicht nur wichtig, dass da die Kinder was sehen, sondern jeder hat ja gewisse Vorstellungen und man lernt, Betriebe und Tätigkeiten auch schon für das spätere Berufsleben kennen. Und da muss man eigentlich bei den Kindern schon anfangen. Auch für die Kinder heute, die haben da immer einen großen Spaß und da freut es mich, dass ich natürlich auch mit dabei sein darf. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich da voll viel überlegt, sind eh fleißig unterwegs und das ist einfach eine super Geschichte. Viel zu schnell geht der Kinderbautag vorbei. Ein Tag, der bei Buben und Mädchen das Interesse für Handwerk und Technik geweckt hat, der ihnen spielerisch interessante Einblicke in die Arbeitswelt der Rabner Gruppe gegeben hat.